Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Up and Gartens & Shepherds. Mal ein kleines Update von unserer Drachenfrucht. Ich glaube, sie geht heute auf. Die Blüte. Und was habe ich natürlich? Nachtdienst. Danny wird heute Abend die Kamera aufstellen und immer mal gucken gehen. Und wird uns alle auf den Laufenden halten. Ich freue mich schon. Also wenn ihr wissen wollt, wie die Blüte aussieht, wenn sie offen ist, folgt unseren Kanal, abonniert uns und schaut einfach mal bei uns rein. Bis dann!